So, Hallihallo liebe Freunde, weiter geht's. Wir haben gesagt, wir spielen weiter. Ich hoffe, man sieht das auch. Irgendwie glaube ich, dass man das jetzt nicht sieht. Schauen wir mal kurz. Aha, ja, so. Sieht man jetzt was? Ja. Wir sind immer noch in Heidelberg. Wir checken unsere nächsten Fahrgäste ein. Wo willst du denn hin, Gummi-Werli? Mahlzeit. Könnte ich bitte ein Ticket bei Ihnen kaufen? Ich weiß nicht, wo wir nach Konstanz fahren. Ich glaube, wir fahren nicht nach Konstanz. Konstanz ist ja ganz weit unten. Nein, kannst du nicht. Dann rück ich mal meinen richtigen Bus. Ja, schätze mal. Bin ich hier richtig? Danke. Weiß ich nicht. Nach Kiel fahren wir auch. Brützi, hier ist mein Ticket. Danke. Bitteschön. Keine Sorge, ich komme schon. Kein Problem. Ich komme schon zurecht. Hi, ich würde gerne ein Ticket kaufen. Frankfurt. Fahren wir nach Frankfurt? Frankfurt? Ja, Frankfurt. Du kriegst ein Ticket. Cool. Cool, ja. Ciao. Sie wollen bestimmt mein Auf geht's. Okay, wir sind nach Hamburg. Brützi, ist das du und ich? Mannheim. Danke. Komm auf. Du kommst schon klar. Danke. Aber ich fahre gar nicht mit Ihnen. Cool, sehr schön. So. Rein mit uns. Wir haben schon Lucky zu. So, wir melden uns natürlich an. Nächster Halt ist Monheim. Check-in. Haben wir alle mit? Wir haben alle mit. Wir spulen vor. Abfahrt ist 15 Uhr 8. Fahrt starten. So. Jo. Was gibt es denn zu sagen? Was ist passiert? Nix. Ich habe auf Stop drückt und darf wieder auf Aufnahme. Also ist nichts passiert. Es geht jetzt nahtlos weiter. Wir spielen dabei schon die doofe Ansage ab. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid. So. Abgespielt haben wir es. Hallo und herzlich willkommen. Gut. Herzlich willkommen bei Flixi Bussi. We love you. We love to entertain you. 15 Uhr 7. Wir können abfahren. Pünktlich fängt es zu regnen an. Und los geht's. Gibt es hier keine Heizung? Zu kalt. Es ist hier wirklich heiß drin. Ist verarschen oder was? Halbes Gras. Auf geht's nach Mannheim. Habe ich schon gesagt. Nächster Halt. Mannheim. 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 Du bleibst die. Hey, das war ein Blitzhaut. Nein, das war der Flash Gordon. Der ist vorbeizogen an uns. Ich bin ja noch 50 gefahren. Ich bin ja echt schnell gefahren. Verdammt. Ich bin ja noch 50 gefahren. 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 Das Problem ist, entweder kackt mein Aufnahmeprogramm ab. oder um sie kackt mir was aber das macht ich krieg das schon noch in den griff und dann können wir auch locker leicht Waldhofen zischen die Karte ist mir hier wirklich schön wenn sie funktioniert wirklich ausgezeichnete Karte gibt es nix die Karte die Karte ist wirklich sehr schön wir werden sie auch noch ausgiebig testen keine Sorge die Karte ist wirklich sehr schön die Karte ist für mich Das war's. Willkommen zu Mohnheim. Nächster Halt, nächster Stop Mohnheim. Nächster Halt, nächster Halt, nächster Halt, nächster Halt. Nächster Halt, nächster Halt. Nächster Halt, nächster Halt. Nächster Halt, nächster Halt. Nächster Halt. Der Intervall auch. Obwohl der Intervall ein bisschen zu kurz, zu lange ist, kommt man vor. Wann kommt der nächste Rastplatz? Ja, wir sind in der Stadt, da gibt es keinen Rastplatz. Mahlzeit, bitte sehr. Mahlzeit. Danke sehr. Mahlzeit, bin ich hier richtig? Frankfurt. Rennisch. Mahlzeit, ist das möglich? Hannover. Danke schön. Keine Ahnung, schätzen wir schon. Mahlzeit, hier ist mein Tick, danke. Rammstadt. Hi, ich hoffe, ich bin hier. Hallo. Hallo. Hi, fahren Sie in meine Richtung? Cool. Sind wir alle? Alle da? Sauber. Reingeschwitzt wird. Ecke zu. So, der Leina, gucken wir mal nach. Check-in. Ausstehend, niemand ausstehend, fast. Abfahrt ist um... 1610, wir springen natürlich vor. Fahrt starten. Und bei der nächsten Halte heißt es dann... Bei der nächsten Autobahn-Hassplatz heißt es... Ranfahren. Sauber, sag ich nur. Sauber. Schau mal. Nein, 1610 fahren wir ab. Dreieinhalb Stunden, 288 Kilometer bis zum... Sollten wir nicht auf eine Pause machen? Ja, wir machen eine Pause. Tut's mir nicht flashen. Wir machen die Pause, sobald der Rassplatz da ist. Ich kann mitten in der Stadt leider keine Pause machen. Glaube ich halt nicht. Ich spiele euch mal eine blöde Ansage ab. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass wir auf Ort sein und wir gemeinsam uns... Und Dankeschön. Ansage habe ich abgespielt. So, naja, das springt jetzt hoffentlich dann auch mal um auf 10. ... und dann ist das frisch. Und dann expecting es noch mal um... Abschneiden. Ab und zurück. Zauber. Macht gleich eine Pause. Mach gleich eine Pause. Bis dann! Bis dann! Wieso machen wir eigentlich keine Pause? Nervt's mich nicht. Ich mach Pause, wenn ich Pause machen muss. Will, muss, tue ich ja schon. Aber es nutzt mir nix, wenn ich mitten in der Stadt bin. Ich bin vielleicht zu früh dran oder so. In der Pause hab ich leider keinen Rastplatz. War da nicht gerade ein Rasthof? Nein, wo siehst du ein Rasthof, du Pfeifen? Hm. O. I. 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 Ja, da kann man da keine Pause machen, ist auch blöd, ist aber okay. Dann machen wir endlich mal Pause. Ja, sobald ich kann, du pferfe. Ich wollte ja schon, aber geht ja nicht. Ist auch blöd gelöst, aber okay. War da nicht gerade ein Rasthof? Und dass es noch einer sagt, schmeiß ich auch alle raus. Sobald du einen Rasthof siehst, machen wir sofort Pause. Sollten wir nicht auch eine Pause machen? Oh, blöd gelöst. Ich bin vorher wieder an einem Rasthof vorbeikommen und dann bin ich in der nächsten Stadt und dann sagt er mal, mach eine Pause. Ist doch scheiße. Musst du mal vorher sagen, einblenden. Musst du mal vorher einblenden, nicht nachher. Ach kacke, das muss doch die KI hinkriegen. Ja, wir machen demnächst eine Pause. Haltet jetzt die Fresse, sonst... Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Dann spüre ich ja nicht, oh, ich suche ich. Sobald ein Rasthof kommt, machen wir Pause. Hier, und dann, das wird das aber gering gering, ne? Wann kommt der nächste Rasthplatz? Ich schmeiß dich von der Brücke, wenn du jetzt noch meinen Rasthplatz erwähnst. Rotant noch einmal. Oh. Ansagen, technisch dummes Spiel. Aha. Super Grafik. Aber das ist, das ist doch scheiße. Meine Pfeife, sind wir schon da. Sind wir schon da. Sind wir schon da. Bösch, hä, schau, lass uns bis gleich da. Dann, was machst du da? Pfeifen? Was geht? Mein Rot ist Rot, ey, da. Wurscht, ob die Wurst spät kommt. Wurscht, voll wurscht. Nach vorne dürfte dann auch ein Rasthplatz sein, dass er Ruhe gibt. Sind wir schon da, sind wir schon da. Können Sie mal eine Pause einlegen? Sind wir schon da, sind wir schon da. Wir machen keine Pause. Ich wollte einen Rasthof sehen, ich mache mal Pause. Leider sehe ich noch keinen. Ups, müssen wir abbiegen. Aber jetzt fahren wir auf die Autobahn. Also wird auch gleich ein Rasthof kommen. Also, klappe. Wieso machen wir eigentlich keine Pause? Alter. Wir machen gleich Pause. Bitte nervst du jetzt. Es gibt Stagen. Nein, da baust du ja noch so eine Scheiße. Dann machen wir endlich mal Pause. Gleich, du Pfeifen. War da nicht gerade ein Baustellensignal? Wann kommt der nächste Rasthplatz? Ja. Ja. Applausację. Ja. Danke. Na, da hieß er ja schon, Gott sei Dank. Wieso machen wir eigentlich keine Pause? Sollten wir nicht auch eine Pause? Ja. Sollten wir nicht auch eine Pause? Ja. Sollten wir nicht auch eine Pause? Sollten wir nicht auch eine Pause machen? Und weiter geht sie wieder fahren. Schleif. 茂? Schleif. Ach, ich? Schleif. 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 Das war's für heute. Haben wir die Pause jetzt gemacht? Ist jetzt alles gosch? Gut. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Darmstadt. Das war's für heute. 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 Du D. Ja komm. Die spawnen schon. Wenn man will, dass sie die spawnen. Die spawnen sie wenig. Der eine steht allen im Weg. Weg mit dir, rotes Scheißauto. Dann noch mal. Das Scheißauto guckst eh nicht um die Kurven, du Häusel. GELMAY! Na, beschwind. Mein Gott, na, was für eine Scheißlösung. Was für eine Scheißlösung. Was war denn noch da? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So kommen wir nie an Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was geht denn hier ab? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war ein Hoppala. So, wir nähern uns Frankfurt Hauptbahn auf. Langsamer wird auch. Pünktlich sind wir natürlich überpünktlich. Ganz klar. Dann haben wir noch drei big cities. Hannover, Hamburg und Kiel. Wir sind weit auseinander. Bis Hannover ist ein Stückchen. Bis Hamburg ist ein Stückchen. Das ist ein Stückchen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020